Warte, waren wir da nicht schonmal? Ich könnte schwören, da war ich schonmal Okay Äh, noch ne verbuggte Map Gotcha! EJAL! Machen wir eben noch ne verbuggte Map LAD 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 Na komm Und... Oh! Das sieht sehr freundlich aus Mit viel Blut und so Yeah, blutig, wie ich es mag Und hässlichen Stierköpfen an den Wänden Na toll, das lädt richtig einzummen Gehts nicht raus? Gehts nicht raus? Dann gehen wir da lang Da stehts ja gleich wieder mit den Strohflinten links, rechts Gehen wir rechts, gehen wir rechts Und noch mehr Gegner Noch mehr Gegner, stirb Das ist nicht Gatling Komm! Boah, wie ineffizient das Ding ist Aber wir töten schonmal ein paar Gegner Wow, Blut! Sehr viel Blut! Tö Wer möchte ein blutiges Schnitzel haben? Lalalala Und... Schau mal, ob die Seiten alle gleich noch Wo noch was erschießen können Ja... So präzise die Knarre So unglaublich präzise Hey, wo ist der hin? Das sind noch mehr, das sind noch mehr Egal Hey, wo ist der hin? Einfach verschwinden, feiger Mistkerl Und... Und... Ja... Kann ich weiter springen Noch mehr von den Mistviechern? Oh, das gibts doch nicht Töten wir sie jetzt! Komm! Boah! So präzise die Knarre So präzise Jetzt weiß ich ja, warum die so nutzlos ist Ob ich von der anderen Seite auch noch einen erschießen kann? Und... Vielleicht ist er ja dahin teleportiert worden Nö Keine Ahnung wo der hin ist Feige verschwinden Verpisst, ey So ein... Ah, da unten ist er Iser, 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 iser Ich treff ihn von da Oh, ich treff ihn sogar Überrascht mich Überrascht mich Überrascht mich Aber wir wollen uns mal nicht Beschweren War da was? War nix Ich wär echt paranoid So, und jetzt müssen wir, müssen wir Danüber springen Och, ihr habt sie doch nicht mal alle Äh Nein Äh, Gegner Da unten Wo bin ich denn? Oh, ich bin in der Lauer gelandet Scheiß Oh, 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 komm Wo muss... ey, warte, warte Da kann ich weiter, da kann ich weiter Geh Weil ich den Gegner da erledigt Springen, springen Nur nicht aufhören Muss ich da lang? Muss ich das so machen? Oh, wer mich anguckt, wer mich anguckt Noch weiter rauf Wir wollen nach oben In die Chefetage, komm Ich war schon immer der Meinung, dass ich in die Chefetage gehöre Noch ein Gegner Noch ein Gegner Äh, falsche Knarre Und der ist weg Schade Schade, Schade Und wir brauchen keinen blauen Schlüssel Und wir schreiten da so Ich geh doch auch nicht zu euch nach Hause und schrei da rum Also verschwindet aus meiner Stadt, verdammt Shotgun Noch ne shotgun Munition Supercharge yeah Hundertprozent mehr Leben Achja Ich hab euch auch... Oh update Geh weg Oh ne Geh weg Geh waaaaag Oh Dürf echt keinen Schalter umlegen Ja Das ist doch nicht fair. Nur nicht stehen bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Was ist das jetzt? Was? Gut. Ah! You got the shotgun. Und the chaingun. Und was weiß ich. Ist was alles. Noch ein Schalter. Irgendwo ging jetzt was auf glaube ich. Ist da noch irgendwas versteckt? Ganz geheim. Kann ich den benutzen? Nein. Kann mich nur drauf stellen. Und jetzt ist... Was hat das jetzt gebracht? Ah! Ein Teleporter! Bimjaps, Scotty! Und tschüss! Und ach du Scheiße! Laufen! Laufen! Schädel töten. Töten wir erst die Schädel oder töten wir erst was anderes? Beste Töten. Alles was da rumschwebt, fliegt, läuft. Und was sonst noch da ist. Springt oder... Irgendwie anders fort bewegt. Und hier... Geht weg! Geht weg! Mensch, warum seid ihr so viele? Ich bin doch nur so wenige! Boah! Mensch, siehst du in voll deinen Kopf und die sterben einfach nicht! Blalalala! Blalalala! Ab jetzt! Tod! Du bleibst tot! Was? Was? Wo? Aha! Willst du dich wohl verstecken, was? Nicht mit mir, Freundchen! Nicht mit mir! Was ist da noch? Nichts! Äh, äh, äh! Nö! Auch nett! Auch nix! Bleibt wohl nur die eine Tür, wie es aussieht, hm? Ist da noch irgendwas? Nö! Nö! Wir können nur durch diese Tür! Und... Ist das sicher, wenn ich durch die Tür gehe? Ich speichere so oft! Aaaah! Ich glaube, ich weiß, wo ich bin! Ja, da haben wir vor den Gegenden angeschossen! Da haben wir vorhin von drüben rüber geschossen! So vom... Ja, was ist das Osten? Ist das Osten? Norden? Ja, von da drüben haben wir halt drüber geschossen! Ihr wisst schon, was ich meine! Egal, wo das jetzt ist! Welche Himmelsrichtung und was auch immer! Und... Was passiert, wenn ich da reinspringe? Also im Blut sterbe ich! Ja, da lande ich wieder da! Okay! Gut zu wissen! Das war jetzt zwar völlig unnötig herauszufinden, aber egal! Und... Nein! Nein! Wir wollen nicht nochmal da runter! Blut tötet! Blut ist tödlich! Ah! Komm hier rein! Und... Wir sind... Wir sind...